ja hallo Leute hier wieder euer Toso mit let's play Skyrim die Unendliche und wir sind hier noch in dieser Festung und haben da draußen alles klar gemacht und wir sagten zwar wir gehen da nicht rein aber ich bin da rein und jetzt schon dreimal gestorben ich weiß nicht was ich da machen soll ich probiere es aber gleich noch einmal und wir machen das ganz einfach wir werden da das wie gehabt tun ich kann da glaube ich jetzt in der third person nicht spielen wir werden das gleich einmal ändern wir brauchen uns da gar nichts verstecken weil die sind echt heftig drauf und wir werden da jetzt vorerst einmal unsere Freunde beschwören die Selma und die Louise dann hauen wir uns noch die Steinhaut über den Körper und dann müssen wir schauen dass wir die Heilung parat haben und die Zaubertränke ja gut so bevor es da jetzt wir werden den gleich ausrüsten ja weil da hilft glaube ich nur brachiale Gewalt und los geht's ja ich bin ja gespannt die sind so heftig drauf der erste Gegner ist gleich links das ist aber nur ein adept und die anderen sind noch schlimmer das war der erste und das ist ein Pyramant da sollten wir doch gleich einmal den Zaubertrank nehmen wo mal drei wir werden die mal aufbrauchen damit da nicht so viel drin ist Okay Und du Und ein offener Schlagablauf Wir nehmen noch eine Heilung Schnell noch Und das müsste ich doch ausgeben Okay, unser Fehlteil hat uns auch geholfen Und endlich sind wir durch Ich glaub's ja nicht, Leute Das wird echt heftig Weil Die blöden Zauberer War das eine Art Heilungszauber? Ja, war das für dich, mein Freund Und wir haben die Heilung auf zwei gesetzt Und bevor dann noch jemand kommt Gleich ein Feueradron nach und dazu beschwören Weil weiter als bis zu diesem Raum Bin ich ja noch gar nicht gekommen Und jetzt schauen wir gleich einmal Brennende Ziele erleiden zusätzlich Schaden Ja, das ist aber echt cool Okay Den bist du auch behalten Ihr geht vor, ich folge Und ich werde da jetzt kurz einmal alles zusammen sammeln Das ist gut Rolle der Geisel der Untoten Robe der Wiederherstellung Ja, und die Stiefel nehmen wir auch mit Egal, da gibt's die blutende Krone Ja, und wir sollten da gleich einmal abspeichern Kom, Speicher, ja Okay Gut so Was haben wir jetzt da ausgerüstet? Lauter Schmerren, ja? Nein, passt schon Und das ist Heilung Okay Wir sollten uns da gleich wieder Irgendwas nehmen wir nehmen da einfach gleich einmal ja die flammen in die hand und bleiben beim feuer wir nehmen da alles was es gibt geringe magiker pipapo da großer sack kartoffel voller kartoffeln da werden wir nichts verzaubern weil ich speicher dann gleich ab dieselzweig durchsuchen schrank ja ok schauen wir mal nach schwarze robe und kleidung kannst da halten und weiß ja auch was wird was ist denn das ziegenkäse so verzauberung verbessert auf 56 ja cool da sind noch regenerations zauber und da oben gibt sich auch noch was aber der mit den eis zauber der hat uns ziemlich verlangsamt ist euch das aufgefallen und das ist nur novize und die anderen die sind extrem heftig drauf also ohne unsere kollegen hätte ich das überhaupt nicht schaffen können da ist ein ei da rakiserat seht ihr ein ganzes stück das brauchen wir nicht das probieren ja natürlich leute nata ich hasse dieses schloss knacken so jetzt lass mich doch da rein also ihr wisst dann jetzt ungefähr wie es mir gegangen ist mit den meisterschlössern ich habe da bei einem gewöhnlicher seelenstein gold und sauber trank ja stellt 100 punkte ausdauer wieder her ok wie ich die meisterschlösser geknackt habe da in den dungeons wie wir aufgeräumt haben für ein ja was machen wir wieder auf eins für ein meisterschloss habe ich glaube ich 21 titel so und was tun wir da die heilung in die hand ja ja ich habe da nämlich so viel schiss jetzt und ja ich musste da jetzt so arbeiten weil in der viert bösen ging das ja überhaupt nicht da pyromant ja du pyromant du die schwarze marieruhe und die stiefel da ist alles klar so der raum ist gecheckt ok da der raum ah na totenschill leute das sind echt böse zauberer da liegt ein buch gut dich hatten wir auch du warst ein mädel ein pyromant eine eisige dame so wir speichern hier wieder mal ab hoppala nehme ich so und dann durchsuchen wir den rest der festung ja ah ich werde das so machen wir sind hier so und so äh heilung habe ich da auf zwei passt und äh wir werden den zweihänder ausrüsten ich kann nicht anders hat der überhaupt noch ladung schau mal nach waffenmelder zweihänder der hat nämlich ja ein wenig ladung das ziel erleidet 17 punkt frostschaden und das ist ja auch gut so gegen diese blöden feuerzauberer ist da jemand ist da jemand da ne der raum ist sauber ok gott sei dank da geht es raus holzteller pipapo was ist denn das da da gibt es ein buch das firmament das bringt uns nichts aber das nehmen wir altwein der hat auch ein gutes verhältnis ein wenig gold ich kann da nicht so genau arbeiten so da ist auch noch eine truhe bei stilltisch leer da gibt es auch nichts Töpfe 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 da vorn ne Laternen und ja das ist ja nur die Unterkunft oder wie habe ich Montage wo m色 was ist eine beber da gehen, so wie ich das sehe, mit den Ektoplasma, das kommt selten vor, mit den Kämpfen, also ich werde da glaube ich ja schon des Öfteren sterben, weil wir eben auf so starke Gegner stoßen, und was soll's, wir werden da ein bisschen Eisen, Holzkuhle, Lederstreifen nehmen wir doch alle, und da ist Gold und Gold, Eisendolch, ja, und da, Feuersalze, die sind auch selten, wir brauchen da unbedingt bessere Zauber, oder bessere Heiltränke, das bucht der Daedra, ja, das nehmen wir auch mit, so, Altewein, Kommode, schäbige Haube und schäbige Robe, was soll'n das jetzt, da gibt's auch noch einiges, die Stadt der Steine, und Gold, ja, eine Truhe, Gold, orkischer Zweihänder, den können wir gut verzaubern, okay, so, wir brauchen einfach bessere Waffen, und bessere Zauber, ich will einen Eis-Atronachen haben, der ist in der, äh, im Nahkampf extrem cool, hab' ich gehört, und ich hab' keine Ahnung, wo ich den bekomme, also, da waren wir schon, gell, ja, natürlich waren wir da so, wir nehmen die mit, vielleicht brauchen wir die mal, so, das war das Zimmer, da kamen wir her, und da kommen wir raus, war das alles, ah, unser Elf schaut extrem cool aus, finde ich, ja, wir schauen da, es kann ja nicht alles gewesen sein, da unten war eine Tür, da war eine Tür, okay, gut, wir gehen da raus, und speichern mal ab, aber ohne Atronachen geh' ich nirgendwo hin, Ja, da doßt der Schießer, weil wer weiß, was sich hinter der nächsten Mauer verbirgt. So beständiger Schutz und dann noch wieder den Zweihänder in die Hand genommen und wir schleichen da, ja. Und jetzt lass uns da raus, bevor das Zeug weg ist. Mein Gott, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Okay. Aber wir sollten vielleicht, bevor wir die Tür öffnen, speichern, das wäre ja auch eine Idee, ja. Und das machen wir doch gleich jetzt, ja. Wir brauchen, wir brauchen bessere Waffen, ich habe das gesehen. Und wir müssen viel, viel schneller sein. So, hier ist alles klar, so wie es aussieht. Da ist eine Tür, da kann man mehr unten rein und da oben kann man mehr dann raus. Da ist nur ein Turm, da war ich schon drin, da gibt es nichts. Und unsere Atronachen gehen immer den Weg und unser Freund für jedenfalls natürlich auch. Aber da gibt es noch was. Festung Amolkirka. Das werden wir auch gleich machen. Wir stürzen da einfach rein. Wir werden da auch gleich speichern. Und wird gespeichert und passt. Wir werden aber vorher noch die ganzen Sauber erneuern. Leider, Leute, das muss sein. Und weil unsere Steinhardt auch schon weg ist, die werden wir gleich noch einmal beleben. Und dann nehmen wir gleich wieder, ja, wie kann das sein, den Vorschlag haben wir. Und da rein geht's. Ja, und da geht schon die Mizi ab. So, und jetzt brauchen wir schon wieder den blöden Heilsang, ja. Jetzt bleiben wir jetzt in Reserve. Das gibt es doch nicht. Der schlägt zu. Na Gott sei Dank, Leute. Also ich muss dazu sagen, ich bin hier, ja, schon wieder zweimal gestorben. Und wir nehmen das und das und dann schauen wir gleich, wo unser Feen da ist, weil der hat ja ein bisschen abbekommen. Also wir lassen uns in Zukunft auf die Zauberer nicht ein, bevor wir nicht da besser ausgebildet worden sind. Ich hasse diese Zauberer. Echt wahr? Die haben da einen Schaden, das ist unmöglich. Ja. 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 Okay, schauen wir mal, was mit der Ladung ist von unserem Schwert. Zweihänder. Ja, wir haben nicht mehr viel Ladung, egal. Und Frostschaden gegen Frostsauberer, das war ja natürlich klar. Ich speichere da kurz einmal gleich ab. Hat unser Feen da jetzt den Stab verloben oder was? Wir speichern da. Und wir haben da ja fast keine Helltränke mehr, was ich da gesehen habe. Zaubertrank der Feuerresistenz. Und ja, das war's dann schon. Ich muss nochmal nachschauen, ich bin ja so nervös schon. Zaubertränke. Zaubertrank der Ausdauer. Die werden wir da reinsetzen. Das sind die letzten Regenerationen. Zaubertrank der Gesundheitreger. Ja, das tun wir auch gleich rein. 50% schneller. Gut. Starken Ausdauer brauchen wir nicht. Ausdauer verstärken. Ausdauer wiederherstellen. Feuerresistenz haben wir da schon drinnen. Gesundheit regenerieren. 300 Sekunden lang. 23% und so weiter. Gesundheit verstärken zweimal. Ja, wir tun das auch rein. So. Wir speichern da trotzdem noch einmal. Weil da geht's ja weiter. Und ja, das Video wird's ja lang. Wir schauen da das nächste Mal dann. Da weiter. Es nützt ja nichts. Komm her, speichern. Na, wirst du? Mir ist nämlich die Xbox schon zweimal abgestürzt. Und ich hab keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wegen der vielen Sauberei. Leute, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und es war ja Action pur. Nur kann ich da in der Third Person überhaupt nicht spielen. Leider. Ja. Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Ciao.